Der Frieden zwischen unseren Häusern wird beim bevorstehenden Erntevollmond besiegelt, wenn mein Erbe, Prinz Ifikles, die Prinzessin von Kreta, zur Frau nimmt. Hebe! Hebe! Bleib! Würdest du mir bitte erklären, was das eben sollte? Ich glaube, eure Verlautbarung hat alle überrascht, Vater. Die einzige Überraschung ist, dass du ihr Benehmen gebilligt hast, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Löwen-Tötter.